Verfeinertes Verständnis des Heiligen Namens Der Heilige Name ist die Knospe der Liebe zu Krishna. Er ist ein Reservoir von nicht zu erahnender Ekstase und entfaltet enorme Kräfte. Wenn die Knospe des Heiligen Namens ein wenig zu erblühen beginnt, offenbart der Heilige Name seine Eigenschaften und seine Schönheit, und er stiehlt das Herz und bringt es in die Hände Krishnas. Wenn der Heilige Name voll erblüht, nimmt er mich nach Vrindavan und zeigt mir Krishnas ewige Spieler. Der Heilige Name bietet mir zu diesem Zeitpunkt meinen ewigen spirituellen Körper an, stellt mich neben Krishna und vernichtet diesen materiellen Körper. Dieser Name ist die Quelle meiner ganzen Freude. Bhaktivinot Thakur Nidja Sarva Shaktis Shikshastakam II Alle Kräfte Gottes sind auch in seinem Heiligen Namen gegenwärtig. Was immer für Kraft in Halbgötterverehrung, Wohltätigkeit, Gelübden, Entsagungen, Tirtas, Rajasuya und Ashvamedha Yajjas und Wissen über spirituelle Phänomene ruht, sie wurden alle von der höchsten Persönlichkeit Gottes zusammengenommen und in seinen heiligen Namen investiert. Skanda Purana Sri Krishna extrahierte sämtliche spirituelle Kraft, die in Dharma, Yajja, Yoga, Jnana existiert und übertrug sie in seinen Namen. Bhaktivinot Thakur Das Maha Mantra ist in der Kali Santada Upanishad 2.7 beschrieben. Sudha Shaka Nam Nam Das Mantra mit den 16 Namen Gottes Warum eigentlich 16? Es zerstört die 16 Bedeckungen des Jiva. 5 Arbeitssinne, 5 wissenserwerbende Sinne, 5 grobe Elemente sowie der Linga Sarira, der feinstoffliche Körper. Auch Sri Kapila beschreibt, wie dieser durch den Vorgang der Bhakti zerstört wird. Srimad Bhagavatam 3.25.33 Eine andere Erklärung findet sich im Srimad Bhagavatam 7.9.22 O Krishna, bitte ziehe mich zu dir hin, der ich durch die Maya Shakti auf das 16 Speichergerad des materiellen Daseins geschleudert und von ihm ständig zermalmt wurde. Warum sind diese Namen so angeordnet? Der Maha Mantra ist der Yugal Prem Mantra. Radha und Krishna sind in der spirituellen Welt auf zwei Arten miteinander verbunden. Durch Milan, Treffen in einem Kunja und durch Viraha, Trennungsgefühle, wenn sie sich nicht sehen können. Das Milan ist im Maha Mantra gegenwärtig als erstes Viertel. Hare Krishna, Hare Krishna und Viraha als zweites Viertel. Krishna Krishna, Hare Hare Die erste Offenbarung der spirituellen Welt, die der Seele zuteil wird, ist Klang. Genauso wie ich als Embryo im Mutterleib die Welt auch lange vorher höre, bevor ich sie dann sehen muss. Diese kraftvollen Namen Gottes werden grundsätzlich in zwei Kategorien gegliedert. Gauna Nam, wie zum Beispiel Allah, Yahweh, Ishvara, Padam Atma, Jagad Pati und so weiter. Diese Namen beziehen sich auf die Position Gottes und nicht auf seine eigentliche Person. Das heißt, er als der Größte, der Allgegenwärtige, der Schöpfer, der Herr des Universums. Dieser Gauna Nam bezieht sich immer auf Gott in Beziehung zu seiner Bina Prakriti, zu seiner äußeren, das heißt materiellen Energie. Das Resultat des Chentens solcher Namen sind fromme Resultate materieller Erhebung und Befreiung vom materiellen Dasein, eine Brahman-Verwirklichung. Diese Namen können niemals Prima schenken. Das bedeutet, sie erheben einen nicht zur spirituellen Welt, da sie nicht lila bezogen sind. Mukya Nam, wie zum Beispiel Govinda, Madhusudan, Gopal, Vrajendranandana und so weiter. Diese Namen beziehen sich nicht mehr nur auf Gottes Stellung, sondern auf seine Eigenschaften, seine Beziehung mit seinen Geweihten in der ewigen spirituellen Welt und speziell auf seine Lilas. Solche Namen offenbaren dem Sadaka seine eigentliche spirituelle Form, sein Siddha-Deha, der völlig unabhängig von seiner gegenwärtigen äußeren Hülle existiert. Er ist in Samenform im Körper gegenwärtig und dieser Samen wird durch Namen bewässert. Gottes ewige Welt, seine Spiele, lassen ihn sogar daran teilnehmen, geben ihm Prima und letztlich Residenz in der spirituellen Welt. Mukya Nam kann man wieder zweifach unterteilen. Diese Namen sind Gottes Formen in der spirituellen Welt, Vaikuntha, Ayodhya, Matura und Dvarag. In diesen Reichen ist sich die Seele über ihren Ishtar als die höchste Persönlichkeit Gottes bewusst und die Beziehung der Seele zu ihm ist immer mit Achtung und Ehrfurcht gemischt. Die Seele ist der Sechsfüllen Gottes gewahr. Madurya Nam, Vishyama Sundara, Krishna, Rama, Gopinath, Girithari und so weiter. Diese Namen beziehen sich auf In Vrindavan lässt die Lieblichkeit Srikrishnas alle Macht Gottes vergessen, was die wunderbaren Spiele und vertraulichen Austausch erlaubt. Es ist die ungetrübte, ausgelassene Freude einer Seele, die alle Wünsche nach Eigengenuss überwunden hat. Wenn ich chente in einer Stimmung spiritueller Sinnenbefriedigung, so dass ich dabei genießen möchte, werde ich nur einen Schatten des Harinam berühren. Er offenbart sich selbst, Das Chanten funktioniert nicht, weil ich nichts fühle. Wenn es dir darum geht, kannst du auch Sex haben oder Whisky trinken. Chanten braucht das Bewusstsein, Krishna dienen, lieben zu wollen. Ich möchte ihm voller Liebe dienen. Aber weil ich dies momentan noch nicht tun kann, ist die Alternative nicht gar kein Dienen, sondern ein Dienst, so gut es halt geht, so viel ich eben habe. So wie einem das Fieber der Begierde das Essen wegnimmt, so ist der Geschmack und die Begierde nach dem Harinam durch Vergehen, Apparat und unserer weltlichen Verhaftungen zugedeckt. Die Shastras warnen uns zu denken, frei von ihnen zu sein. Der Beweis, Nayanam, Galat, Ashru, Daria, haben wir nicht.